Zu den Menschen, die im Moment noch ein bisschen mehr strugglen, noch ein bisschen mehr Arbeit, noch ein bisschen mehr Leid erfahren als wir oder vielleicht sogar das größte Leid. Nämlich Menschen, die unverschuldet in diese Unwetterkatastrophe geraten sind, die in vielen Bundesländern in diesem Land halt eben ihre Existenzen, ihre Angehörigen, alles verloren haben. Und ich finde, wir könnten von hier aus, von Rostock aus, mal ein bisschen Kraft per Applaus, per Gedanken mal dahin senden. An alle Familien, an alle Helferinnen und Helfer, die, glaube ich, noch monatelang, wenn nicht länger, dort zugange sind, sind in der Hoffnung, dass sie von uns auch ein Stück weit Unterstützung kriegen und Solidarität vor allem. Und das ist das Schöne. Das sieht man immer wieder in diesen Momenten, in diesen Krisen, die hier vor der eigenen Haustür passieren, die im eigenen Land passieren. Dann sind wir alle da. Dann halten wir zusammen, zumindest am Anfang. Dann ist jeder bereit, was zu geben, was abzugeben, was mitzumachen. Und ich habe mir diesen Song geschrieben, um mich daran zu erinnern, dass es eben nicht nur Probleme, Krankheiten, Pandemien, einfach die Dinge unserer Zeit, die uns allen auf den Sack gehen, dass die eben nicht nur in diesem Land passieren, sondern auch über den Grenzen hinweg und wir aber eigentlich die Chance haben, von hier aus ein bisschen was abzugeben. Denn dass wir hier heute Abend stehen, glücklich sind, zufrieden sind, sicher sind, Zugang zu so vielem haben, ich glaube, das ist Zufall. Das ist mit Glück verbunden. Und ich erinnere mich mit diesem Song immer daran, vor diesem Glück auch was abzugeben. Denn am Ende sehen wir gerade selber, kriegen wir die ganze Schose nur hin, wenn wir irgendwie zusammenhalten, auf dem Planeten sitzen und letztlich alle das Gleiche wollen, sicher sein, geliebt werden, im hohen Leben. Deshalb habe ich diesen Song geschrieben, Blinde Passagiere, und ich hoffe, dass wir zumindest heute wieder einmal mehr darüber nachdenken, dass die Aufgabe eigentlich ist, diesen Planeten besser zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Blinde Passagiere.